Wir haben dann unser Unternehmen gegründet in einem kleinen Ort in Saaldorf und haben eben beim Benne in der Garage angefangen Säfte zu pressen. Super, klasse. Mit dem hat man immer das Logo auf die Flasche. Nach einer gewissen Zeit konnten wir nicht mehr Flasche am Tag produzieren, wie wir verkaufen. Deswegen gab es nur die eine Variante, entweder wachsen oder weichen. Wir wollten wachsen. Bis zum nächsten Mal.